Ich liebe das doTERRA-Business, weil uns doTERRA die Möglichkeit gibt, unser vollstes Potenzial zu entfalten und zur besten Version unserer selbst zu werden. Ich liebe das doTERRA-Business, weil ich mir dadurch zwei Herzenswünsche erfüllen konnte, auf der einen Seite Gutes für Mensch, Tier und Umwelt zu tun, anderen zu helfen, mir selbst zu helfen und auf der anderen Seite, weil ich mir meinen langen Sintenweg in die Selbstständigkeit ermöglichen konnte. Ich liebe das doTERRA-Business, weil ich Menschen helfe, in die Eigenverantwortung zu kommen, aber auch, weil ich mir meine Zeit selber einteile und von überall aus arbeiten kann. Ich liebe das doTERRA-Business, weil ich mir die Zeit und dem Ort, an dem ich arbeiten möchte, selber aussuchen kann und weil ich in einem supercoolen Team arbeite und viele liebe neue Kontakte knüpfen durfte. Ich liebe das doTERRA-Business, weil es so viele Facetten hat und diese Facetten kann ich als Person ausleben. Ich kann Menschen unterstützen, ihr gesundheitliches Wohlbefinden zu steigern und nicht nur das Gesundheitliche auf der körperlichen, emotionalen, aber auch spirituellen Ebene, ihr Wohlbefinden zu steigern und ich kann Menschen unterstützen, ihr Herzens-Business auszuüben, ihr Herzens-Business aufzubauen, damit sie selbst tun können, auch wieder Menschen unterstützen. Und außerdem liebe ich es, Menschen zu unterstützen, sich finanziell auch etwas aufzubauen, denn ich bin der Meinung, Geld gehört in die Hände von guten Menschen. Ich liebe das doTERRA-Business, weil ich mich vor zehn Jahren nicht nur in die Produkte verliebt habe, sondern weil doTERRA mir auch die Möglichkeit gegeben hat, unabhängig und frei zu sein. Wie ich jetzt nach 38 Jahren eh alleine dastehe, muss ich mir um meine finanzielle Zukunft und um die meiner Kinder und Enkelkinder keine Sorgen mehr machen. Ich liebe das doTERRA-Business, weil durch das doTERRA-Business konnte ich mich selbstständig machen. Ich kann das doTERRA-Business wunderbar mit meinen Yoga-Retreats kombinieren. Ich kann von überall aus arbeiten, online und ich kann mit wunderbaren Frauen zusammenarbeiten. Ich liebe das doTERRA-Business, weil meine Möglichkeiten grenzenlos sind und alles Mögliche ist. Hi, ich bin Dani von Rock This Oils und mir wurde die Frage gestellt, warum ich das doTERRA-Business so liebe. Ich liebe es, weil ich mich so frei entfalten kann, meine Arbeit so frei einteilen und gestalten kann, wie ich möchte, dass es zu den Bedürfnissen meiner Familie passt und wir das machen können, was wir wollen. Diese absolute Freiheit gibt mir diese absolute Freude und Spaß an der Arbeit. Ich liebe diese Arbeit so sehr, dass ich eigentlich 24-7 arbeiten könnte. Und genau diesen Spaß und Freude, Authentizität geben wir wiederum an unser Team weiter. Und das Schönste eigentlich am doTERRA-Business, was wir lieben, ist, andere groß zu machen, zu sehen, wie unsere Berater wachsen, über sich hinaus wachsen und wiederum für ihr Team losgehen. Das ist so, so schön. Und dieses little bit extra Craziness, was wir in unser Team reingeben, führt am Ende zu dem little bit extra Erfolg. Yes. Und das ist das, warum ich das doTERRA-Business so sehr liebe. Ich liebe das doTERRA-Business, weil ich dadurch die Kraft der Natur zu jedem nach Hause bringen kann. Es ist so wertvoll, mit unseren wunderbaren Produkten andere Menschen zu unterstützen, ihr Potenzial zu erkennen und zu leben. Und gemeinsam können wir jeden Tag, Tropfen bei Tropfen, die Welt etwas natürlicher machen. Können wir gemeinsam die Welt verändern zu einem besseren Ort. Das ist mein Wunsch, mein Großer. Ja, ich bin so dankbar, dass ich nie wieder arbeiten muss, weil ich das, was ich tue, so liebe. Und ich mir die Zeit frei einteilen kann mit meinen Kindern. Und ich bin so dankbar, danke doTERRA, dass ich hier wohnen kann in einem wundervollen Haus und mit einem wundervollen Garten. Und ich möchte anderen Menschen zeigen, das Gleiche zu tun. Hallo, wir sind Angela und Oliver Kerstin, Blue Diamond aus Deutschland. Und wir lieben das doTERRA-Business, weil... Es für jeden, egal wo er herkommt und egal was er vorher gemacht hat, genau die gleiche Chance in sich bildet. Und ich liebe neue Herausforderungen und für mich bietet das doTERRA-Business das abwechslungsreichste Leben, das ich mir vorstellen kann. Mit ganz viel Heilung und tollen Menschen. Liebe Grüße nach Österreich. Die Wertschätzung und es macht einfach genialen Spaß mit Kunden zusammenzuarbeiten, die mittlerweile auch sehr gute Freunde geworden sind. Und ja, Wertschätzung auf allen Seiten, egal ob von doTERRA, von den Kunden, von der Familie und es macht einfach Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen an euch und an dich aus Dubai. Ja, ich liebe das doTERRA-Business aus so vielen Gründen. Über die Produkte brauchen wir, glaube ich, nicht reden, dass wir die besten Produkte der Welt haben. Aber unabhängig von dem hat mich die Firma und auch die Öle auf meinem Weg der Heilung unterstützt. Also nicht nur emotional, psychisch, physisch auf jeder Ebene. Und ich glaube, gerade der Bereich, in dem wir arbeiten, ist der Bereich mit dem meisten Potenzial, innere Dinge zu shiften, Limitationen anzuschauen, Glaubenssätze. Ja, unser Normal zu sprengen. Und jetzt nach knapp dreieinhalb Jahren als Blue Diamond und Founder in Deutschland kann ich dir sagen, dass es nichts gibt, was du nicht schaffen kannst. Und dass es ganz, ganz ein wertvolles Tool ist, um deine inneren Beliefs anzugehen und dich der Welt zu zeigen und Erfolg zu haben und die Themen auch neu zu besetzen für dich. Alles Liebe! doTERRA finde ich cool, weil wir in allen Lebenslagen, sei es körperlich oder seelisch, unterstützt werden. Und weil ich als freiheitsliebender Mensch mit dem doTERRA-Business ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Ja, hallo, ich bin die Sonja Kreinz aus Kärnten, bin doTERRA-Diamond und Österreich-Founder. Ich finde das doTERRA-Business so cool, weil man da als Frau speziell auch so mega erfolgreich sein kann. Ich hätte mir das auch nie gedacht, dass ich so weit komme. Und ja, die Zukunftsperspektiven sind ja auch ohne Ende. Man kann da wirklich seine Talente leben. Ich stehe oft in der Früh um halb sieben auf oder ich wache auf und denke mir, das und das kann ich noch umsetzen und das wäre cool. Also man kann einfach so kreativ sein. Die zeitliche freie Einteilung ist auch ganz toll. Und ja, es gibt keine Limits. Und macht's weiter. Alles Liebe. Ciao! Ich liebe doTERRA-Business, weil es für mich die pure Persönlichkeitsentwicklung ist. Und außerdem vereint doTERRA ganz viele Dinge, die mir im Leben wichtig sind. Das ist zum Beispiel persönliches Wachstum, finanzielle Freiheit, Leadership, das Arbeiten mit Menschen, das Arbeiten in der Natur und natürlich das Arbeiten mit der Natur. Warum ich das doTERRA-Business liebe? Hm. Weil es total abwechslungsreich ist. Weil kein Tag wie der andere ist. Weil es so total schöne Teamarbeit ist. Weil du mit deinen Themen konfrontiert wirst, ob du wüsst oder nicht. Und das finde ich ganz genial. Weil du jeden Tag in deine Selbstermächtigung kommen kannst. Noch ein Stück mehr. Weil es Selbsterfahrung vor ist. Und weil es einfach nichts Schöneres gibt als Öle und liebe Leute. Ich liebe das doTERRA-Business, weil es sich an alle meine Lebensphasen anpasst. Vor ca. 10 Jahren habe ich es Kinder- und auch ein bisschen ahnungslos begonnen. Und ich hätte mir damals nie vorstellen können, was da draus alles werden kann. Ja, mittlerweile sind zwei kleine Kinder da. Da ist natürlich die Priorität und die Logistik ganz, ganz anders. Aber ich kann die Kinder mit einbeziehen. Und, das ist mir das Wichtigste, ich kann das Business um mein Leben bauen. Und nicht umgekehrt. Ich kann ein Video machen und sagen, warum wir das doTERRA-Business so lieben. Und ich habe mir gedacht, wir sagen, weil wir ortsunabhängig arbeiten können. Und weil wir finanziell frei sind dadurch. Und weil wir so vielen Leuten helfen können. Und was meinst denn du? Schatzi, das hört man eh dauernd. Warum sagst du nicht, wie es ist? Es ist das geilste Business ever. Ich liebe das doTERRA-Business, weil es mein Leben und das Leben vieler, vieler anderen Menschen so transformiert und verändert hat. Weil es uns Lebensqualität zurückgegeben hat. Und Freiheit und die Passion, nach der ich immer gesucht habe. Und ja, es ist einfach ein Geschenk, das Geschenk der Natur teilen zu dürfen mit der Welt. Hi, ich heiße Madeleine und ich liebe das doTERRA-Business, weil es mir erstens erlaubt, von überall aus auf der Welt zu arbeiten. Dieses Video kommt gerade aus Bella Italia, wo ich einen Campingurlaub mache und aber gleichzeitig auch arbeiten kann. Zweitens liebe ich es, weil man mit den großartigsten Menschen überhaupt zusammenarbeitet. Sowohl mit der Firma doTERRA und den Menschen, die dahinter stehen, als auch unsere Kunden, unsere Berater und unsere Kollegen. Und drittens liebe ich das doTERRA-Business, weil wir mit den weltbesten Produkten zusammenarbeiten und deswegen wissen, dass wir auch tatsächlich eine sinnhafte Tätigkeit tun. Mit jedem verkauften Öl tun wir der Person, die es erhält, etwas Gutes. Und das ist doch ein riesengroßes Geschenk. Ich liebe das doTERRA-Business, weil mich besondere Öle mit besonderen Menschen verbinden und ich das Gefühl habe, Teil von etwas ganz Besonderem zu sein. Ich liebe am doTERRA-Business, dass es mir die Möglichkeit gibt, auf ganz einfache Art und Weise das Leben von Kindern und von Familien nachhaltig zu verbessern, etwas bewegen zu können und gleichzeitig in meiner Persönlichkeit stetig weiter zu wachsen. Hi, ich bin die Dani, ich bin Presidential Diamond und German Founder aus Deutschland. Und doTERRA liebe ich, weil die Öle natürlich für mich persönlich ein absolutes Highland sind. Ich benutze sie jeden Tag für mein persönliches Wohlbefinden und natürlich Gesundheit. Aber vorrangig ist natürlich auch für mich das Business mein Herzensprojekt geworden. So viele Menschen damit zu begeistern, für mich finanzielle Fülle zu realisieren und diese Fülle weiterzugeben. Und ich würde sagen, einfach in dieses Empowerment zu kommen, in diese Selbstermächtigung, in diese Freiheit. Ich kann inzwischen arbeiten und leben, wo ich will und mein Business mitnehmen und habe durch mein Netzwerk so viele wunderbare Freundschaften gewonnen, dass doTERRA für mich einfach nur Liebe ist. Und ich würde sagen, einfach in diese Freiheit. 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 Vielen Dank.